Willkommen zu einer weiteren Aufnahme Session hier in Turok im Talgebiet wo wir letztes Mal auch aufgehört haben und ich hab die anderen Folgen jetzt hochgeladen gehabt. Auch die waren lieb ne? Ey Kleiner. Ich hab die Folgen jetzt hochgeladen gehabt und hab gesehen dass die übelst gut bei euch ankam. Ich bedanke mich noch mal an jeden neuen Abonnenten den ich jetzt dazu habe, äh dazu bekommen habe. Da ist wieder Slate. Den Typen den ich nie leiden werde. Niemals. Bomb gone. Was ist das? Komm rein. Wo ist das Riesending jetzt? Wir sind auch schon gleich wieder im Geschehen einfach. Geht direkt spannend los. Direkt Dino Action. Hier in der neuen Aufnahme Session. Komm her. Du bist der Erste. Okay einfach schnell weg. Ich denke mal wir müssen hier hoch oder so. Boah. Die Dinger sind auch ausgestorben. Er schießt den Bastard. Drecksack. Da hast du es jetzt auch mal geschafft. Mein Gott, ich glaube das war ein Dilophosaurus. Duovor. Wat de fuck. Etwas du ist, ach cha 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 cha. Alter. imizi catalan die Forstener Hier lass uns einfach schnell weg. Ich denke mal hier hoch. Ries mein Freund, mann bin ich froh dich zu sehen. Hey Slade wie läufts denn? Richtig. Ganz trocken. Hey Slade wie läufts denn? Hey Ries willst du zu dem Rauch? Hey warte. Das war echt beeindruckend. Ach die Flammen lieb, ich vergesse das immer wie, das tut mir leid. Wir arbeiten auch alle zusammen. Wie spricht der denn? Der Typ ist mir auch nicht geheuer. Ich glaube der ist sogar noch ein bisschen blöder und doofer im Kopf als Slade. Und das kann man eigentlich schon schwer toppen. Wiedervereinigung. Ich übernehme das. Da kannst du wieder Leute von hinten erstechen. Wie du es von Cain gelernt hast. Turok, das hier ist John Grimes. Er übernimmt die nächste Stufe deines Trainings. Wie läufts heute? Die Schwarzbeer-Indianer glaubten, dass im Messer die Kraft eines schlauen und wilden Tieres wohnt. Das ist die effektivste und verlässlichste Tötungsmethode. Er tötet den Feind leise und schnell und lässt ihn keine Chance Alarm zu schlagen. Jetzt versuch's bei mir. Na los! So gut wirst du nie sein. Mein Glückwunsch, Turok. Ab jetzt gehörst du zum Wolfsruhe. Da haben wir also unsere Narbe. Turok, schalte so viel wie möglich lautlos aus. Ach jetzt ist er auf einmal froh darüber, dass ich lautlos ausschalten kann. Slade ist so ein Affe. Wo geht hier jetzt die Party ab? Ich seh' gar nichts. Ich höre nur Dino-Geschrei und Schüsse. Das hört sich nicht so gut an. Denkmal der Dino hat gewonnen. Da ist er. So viele wie möglich ist doch so gut wie gar keiner mehr da. Kommt wer? Kommt wer? Ich dachte. Ja. Sehr gut. Ja. 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 Ja klettern wir hier mal ganz gechillt hoch Was ist das? Ich muss mich grad ein bisschen konzentrieren es tut mir leid wenn ich nicht so gesprächig sein sollte hier gerade Was ist er denn? Was ist das denn? Was ist er denn? Oh hallo was haben wir hier denn? ich mag das ding was sagt ihr denn ja das behalten wir für das erste kein problem danke gefällt mir sehr unangenehm offen letzte zeit ganz nur wiederholen wenn etwas ein kleindiner tötet dann ist das locker größer und wenn dann auch eine blütschleisch vor ist dann war es auf jeden fall ein dino kommt vielleicht lass uns mal schnell weiter will nicht wissen was da hinter dem polen auf uns wartet was sieht so groß aus das gebiet ja was sind das für viele hunde oder was